Hey Digga! Verdient, ne? Verdient! Hätten alle verdient! Ja, alle verdient. Aber Kraft ist gut, ich kann nicht mehr reden. Heute sind die... Oh, sorry. Heute sind die 1 Live Awards. Was hast du gesagt? Sag mal hallo. Hallo! Es ist das erste Mal, dass ich Kaios mal essen in meinem Leben. Echt jetzt? Ja, wenn, dann auch in Bochum, ne? Wenn in Bochum im Tagstück, ganz hinten. Bochum Digga, hier zeigt sich das echte Deutschland. Holy shit, ist das hässlich. Okay, kurz Top-Check. Fazit, ich hab Paarausfall. Willst du sagen, ich hab Paarausfall? Nein. Will ich es nicht? Nein. Sind sie so negativ worden? Ja, also es ist nicht alles positive im Leben. Und wir müssen in 8 Minuten unten sein. Und die haben sich gedacht, das ist eine gute Idee. Wenn wir auf den roten Teppich gehen. Okay, das ist krass. Hey, das ist geisteskrank. Ne, wirklich jetzt. Okay guys, today we have Antinos. Let's smell on it. Digga! Wie überlebt der das? Abfahrt jetzt hier. Aber das Gute ist ja, zum Clip sind wir gar nicht im Stress. Ne, ja, das ist easy. Leute, kurze Frage, vloggt ihr oder? Diggah! 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 Wieso filmst du denn, Mann? Ab 17.10 Uhr geht's los. Ja. Adi, kannst du aufhören, den Mann zu filmen? Oh, sorry. Diggah! Hier haben wir Revi, den Hexenmeister. Diggah! Jetzt zaubert jetzt den Schwanz weg. Ich hab schon keinen. Nein! Endlich ist er weg, Diggah! Unser Zauberer! Nämlich, uns wurde schon gesagt, wir sind so gespannt auf eure Outfits. Und wir haben auch so Shirt und Hose. Naja. Mit wem redest du? Hallo! Ah, danke. Paul! Foto! Ey! Paul! Es ist viel passiert. Wir haben Ducky Pie getroffen. Gangster-Shit. Gangster-Shit? Gangster-Shit. Guck auf meinen Ring, das ist der Gangster eigentlich Rapper. Fahrt ihr heute noch in die Antarktis, oder? Genau. Foto-Mamia, also... Was ist denn ein bisschen für Angewogenheit? Are you Motharia? Hä? Achso, ja. Ich kann dazu keine Informationen geben. Ich will immer los, ich will dansen. Hey, Diggah! Verdient, ne? Verdient! Hätten alle verdient. Ja, alle verdient. Aber kraft wird halt gut, eigentlich kann ich mehr reden. Mhm. Oh. 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 Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen Sunshine. Wie geht's? Ey, gar nicht gut. Oh, ey. Ich hab so viel Bass in meiner Stimme gerade. Maybe lockdown don't turn the lights down low. Boah, das war krass. Man sieht jetzt hier, dass ich Haarausfall hab. Ich muss sagen, ich war schon an vielen... Das ist ganz wieder flex. Ich muss sagen, ich war schon an vielen Aftershow-Partys, aber gestern war wirklich... Grüße gehen raus... Grüße gehen raus an Thilo. Wir waren gestern auf dem roten Teppich und Hannah und ich setzten uns da einfach immer so hin, weil es so bequem ist. Und die Bild-Zeitung hat sich dann gedacht... Kurzer Schock auf dem roten Teppich. Ist jetzt hier etwa auch Klimaaktivisten-Alarm? Shoutout an diesen einen Journalisten, der in diesen schlimmen Zeiten darüber berichten muss, wie sich zwei Leute auf den Teppich setzen. Das Thema ist halt jetzt ne... Well, Guys! Aber das wird jetzt... Das wird jetzt... Das hier... Und das hier... Und das hier... Das wird jetzt alles aufgecleannt. Wo ist meine Haube? Was? Wo ist meine Haube? Leute! Leute! 1Live macht die besten Geschenke auf der Welt, die ein Socken kriegt. Für wie viel würdest du deine Socken verkaufen? Bekommen leider. Leider für mich. Meldet euch in den DMs, wenn ihr die Socken von Hannah Tönig wollt. Hi! Gib nochmal ganz kurz einen Shoutout an den Vlog irgendwie. An den Vlog? Ja. Okay, pass auf. Hey! Schöne Grüße an die Vlogschauenden. 1Live Krone, dann auf der Show. Auf jeden Fall liegen die hier. Ich hoffe, du schnauzt das alles raus. Okay, also du hast schon mal Kaisersporn gegessen? Ja! Wie sagst du die Pflaumen? Zwetschgen. Das ist Zwetschge, oder? Und du? Zwetschge. Sag ich auch! Zwetschge. Zwetschge. Ja. Zwetschge.